Oh mein Gott, es riecht hier nach einer weiteren Folge, Secret of Mana. Ja, da könnten Sie recht haben, mein Freund. Wir legen mal unsere Kotzbalken weg und nehmen diese anderen Kotzbalken wir denen hier an. Kotzbalken. Also wir sind auf dem Schicksalsberg und wir spielen nicht Herr der Ringe. Mal sehen, ob der dumme Fisch jetzt irgendwie... Fischi, Fischi, Fischi. Hast du deinen Timer gestellt? Ja, ja, ja. Time Fox. Deshalb, wir müssen los. Keine Walnuss essen, nein! Meine Walnuss. Mein Walnut! Wie sieht denn... Oh, Entschuldigung. Wie sieht denn eigentlich meine Zaubergeschichte hier schon aus? Lunatic Luterna. Tja, was brauchen wir denn? Much to do. Bitte? Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Ja, alles. Also, Laterna brauchen wir ein bisschen später. Ein bisschen später ist gut. Guck mal, das sind Lunatic jetzt ein bisschen. Aber wir müssen hier erstmal gucken, was jetzt passiert hier. Erstmal gucken, was jetzt hier passiert. Was hat er denn Lunatic? Die Lunakraft. Ja, gut, das ist alles so relativ nett, ne? Wusch. Jetzt mal hin zu dem Penner. So, was ist jetzt hier los? Nichts. Betten? Herr Schmitt, der Meister ist nicht da! Nicht schon, Leder! Meister Luna ist nach Tastika gegangen. Das Land ist westlich von hier. Ah, jetzt weiß ich es wieder, der erzählt einen nur, wo man als nächstes hin muss. Ah, der Meister ist nicht da! Du Arsch! Terror-Küten. Terror-Terror-Terror-Terror-Terror-Terror-Terror. Und weiter. Andere Kamera ansieht? Ja, 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 ich drücke. Links! Ja, Mann, hier! Du musst nach links! Ach, hör auf! Flieg mal selber, du! Hähme, du Freien! Ich werde jetzt aber nicht nochmal lang hier machen. Was geht denn? Ach, nee! Häh, ich bin nicht... Rucky, du hier? Ich hab die Kamera geplant. Was ist hier los? Nun, als Spion des Imperiums ist im Schloss, der König ist in Gefahr. Ciao! Ciao, Victor! Da hält sich noch auf Scheiße. Jene Story, ey! Oh, Mann! Bist du der Spion? Wo ist der Spion? Wo ist der Spion? Hier, der Busch! Der war Kolder Busch! Bist du der Spion! Oh, das ist der Spion! Hier links ist doch was! Da ist aber was! Hallo! Oh, da ist die Tür! Oh, Spion! Ich bin drunter... Trompete! Trompete! EIE! Dann soll er wieder zur Tür raus. Jetzt kann man runterlaufen. Das ist eine Wand. Das ist ein scheiß Irrgarten. Hallo! Du musst ja spüren. Du bekommst die Tars quasi simultan ins Gesicht. Hallo! Spion! Wir sind im Kreis gelaufen. Wie ergibt das hier keinen Sinn? Aber wir konnten vorher noch abbiegen. Ein paar mal sogar. Wo ist der Spion? Vielleicht an der Tür? Ein Spion heißt Bescheid. Türspion. What a joke. Classic. Joe Cartoon. So eine Treppe hoch. Können wir nach rechts anfangen? Nein. Die Treppe hoch. Hallo! Der König ist der Spion. Seid ihr Wachen? Hier sind die Spione. Was? Jetzt kommt der Fiktor. Nein! Das ist ein... Den Ford mit ihm. Klappe! Den Ford mit ihm. Ach, Fiktor. Endlich. Halt! Das ist doch König. Scheid. Ach, der Spion ist der König. Mein Blauen. Mensch, dieses Voice-Acting. Ach so! Mist! Als König hätte ich dieses Reich ohne Probleme zerstören können. Aber na gut! Es geht auch anders! Was? Ach, und wie? Was? Du wirst mich den König beseitigen? Glaube ich nicht! Und was ist er? Ah, The Dark Knight here! Die, 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 die! Welchen habe ich denn noch? Ne, ich habe ja was genommen. Ne, das ist ja nur... Was macht der Vollmond nach? Alles gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir setzen es mal an. Der Hans, ja. Leck ist klein. Leck ist klein. Super. Das war eine geile Sache, die du da gemacht hast. Ja, ich habe sie auf ihn angewendet. So viel Scheiße konnte ich jetzt nicht sehen. Doch da oben. MP60. Ja, hör doch mal auf. Fahrung. Gesamt. Laterna. 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 It's your task. I took it in the Laterna. Eure Majestät! Aufwachen! Oh! Wo bin ich? Was ist geschehen? Gut gemacht. Eure Majestät! àniker hat ja den Jungen besiegt. Seitig! Ich hab so ausgesehen, dass die Kinder mal vorgelassen. Wie konnte das nur geschehen? Ohne dich wären wir alle verloren gewesen. Du bist wirklich ein Held. Darf ich dir das geben? Endlich mal was für Schwerd! Danke! ja toll wie konnte das nur geschehen ja jetzt super also wert hier und dann noch früher in letzter zeit doch die große prüfung stich nach bevor das sind wir nicht die ganze also überhaupt noch am suchen ja ich bin ein sehr vielleicht funktioniert so ist das richtig das egal ja abflug dann können wir auf dem schicksalsberg können wir ja noch mal dann in richtung dem dorf gehen dann können wir werden die welt ist überall der hat sie ist überall tschuldigung Pfff. Muhammedhauroh! Medidra! Muhammedhauroh! Mu але! Das hat aber.. Numadahr! Hallo. Haydes. Terror! Big Zahlen! Big Numbers! Die Big Numbers sehen so cool aus! Wo war der denn? Äh... Machen wir noch Nüsse oder haben wir noch Nüsse? Wir haben noch, oder? Ich meine, wir haben noch. Ja. Santana war wieder her. The Mac Active Woman, da ist doch Nüsse Der delivers! Bald up! Und ihr wollt wirklich auf diesen Berg klettern? Das haben wir schon ein Paarmal gemacht in dem Penner da drin. Pre metaphors meine... Ich kann meine Pacht nicht mehr viel würde. Goldstab bezahlen ein Pestschwert. Dass ihr wieder etwas upgraded bei mir.. Danke auch. Was soll jetzt das Schorfschwert? Schorf, Pest... Torstenscharf. Torstenscharf! Wir können ja meine Bucherkarte dann speichern. Wir können auch pennen hier. Achso, ja. Ich weiß nicht, ich wüsste gerne mal, wie viel Geld wir schon fürs Schlafen ausgegeben haben. Die Zahl blenden Sie jetzt bitte unten hier ein. Also, liebe Leute, sepp mal durch. Ja, mach mal. Durch die bisherigen 8 Stunden Material. 9 Stunden, 10 Stunden. 10 Stunden spielen das, glaube ich, schon. Ja, in der Akte kann man mal so krass so lang zocken. Bauch, ich will das überhelflich. Wie lange war gebraucht? 13 Stunden? Oder du gebraucht? Was? Damals. Weiß ich ja gar nicht mehr. Speedrun gemacht, oder was? Ja, ja, ja. Ja, ja, also vollkommen. Das war einfach. Level-Deluxe. Ich lebe mich da mal hin, ne. Ja, ja. Weiche Gras. zauberlevel gestiegen das kann an die level 3 so viel scheiß angebilden extreme leveling welches also mal zur erläuterung wir müssen das tun auch wenn es lästig ist auch wenn es lästig erscheinen müssen den umgang mit unserer magie erlernen sogar auf die olle endringen der komplexe ohne bilden die andere bilden Hey, du, ey! Hallo! Hallo! Hallo, Hammer! Hier läuft alles über Zeichensprache. Wie ist das schön? Also ich dachte, währenddessen bist du schon Level 5, aber nein! Weißt du? Was denn? Doch, Stunden, ne? Nein! Niemals! Gar nicht. Muss mal eben hochlaufen. Matt ist jetzt vergiftet. Der mag seine Maggi nicht. Denn die ist vergiftet. Den gibt's ja noch. Es gibt noch Hartzinger für beide. Fehlt aber noch einer. Steht da nur im Schlaf. Ne, einer fehlt da noch. Ja. Oh, das ist einfach... Hartz 1, Hartz 2. Jetzt frechst du es ja auch gar nicht mehr. Komm schon, Baby, bewegt deinen Arsch! Bring ich ganz weit weg... Dööööööö! Bring ich ganz weit weg... Auf den Schick Salzbären... Schmeißt den Ring. Nächle scheiß Feuer! Prädu, Prädu, Prädu.. Wollen wir doch mal gucken, ob der Luna da ist, ne? Der Penner. Der ist eigentlich die ganze Zeit schon da. Der ist schon da, der Arsch. Der hat uns nur die ganze Zeit vorbereitet. Sorry. Ultimative Schlafprüfung. Ich habe nicht den Spell bereit. Etenat. Etenat Donuts. Etenat Donuts. Etenat Donuts. Etenat Donuts. Ich bin topfett. Ich glühe. Ich brenne. Ich könnte mir mal wieder so eine Neumond-Aura verpassen. Yeah. Du leuchtest schon wie der Mond. Dein Level steigt. Meinst du nicht? Ich bin sauber Level gestiegen. Ah, jetzt Lunatic erreicht Level 2. Endlich. Ne. Bin ich gar nicht. Lunatic. Doch, doch. Jetzt. Jetzt bin ich gestiegen. Jetzt bin ich Level 2. Ich bin schon wieder Lunatic erreicht Level 2. Hab ich der EF? Ne, das war eben... Nein, meiner auch. Achso. Achso. H-Fox. Achso, deiner. Ach, deiner. Das würde ich meine, es war seiner. Level 2 ist schon mal cool. Dann kannst du ja nochmal gucken, dass du das Energieschild verpasst. Ah. Was? Was? Das hier meinst du? Ja, ja, genau. Hauptsanschild. Hauptsanschild. Hauptsanschild, das du hochhältst. Lalalala. Ich bin übrigens der Zaungast hier. Ich bin der Held der Geschichte. Ja. Ich will es mal reichen. Ich habe am meisten Sprechrollen. Das ist halt voll die Matte. Ja. Ich habe die meisten HP Baxters. Wirklich? Da kann man echt drauf aufbauen. Weht, weht, weht. Explodiert. Moment, jetzt ist doch erst die Katze wieder da, ne? Dann haben wir die Treppe hochgegangen. Jetzt ist er nicht mehr da. Wo ist er hin? Nee, wo war ich immer ganz? What a joke! Hey, the cat! Ja, erst noch eine, man! Ich hab auch noch Zaubergelein, aber egal! Ja, also wir müssen auch mal weiterkommen, hier ist ja voll die Scheiß-Folge. Total langweilig. Ja, ist voll gut! Wir laufen jetzt diesen Berg hoch. Wir zaubern jetzt diesen Berg hoch. Wir zaubern jetzt diesen Scheiß-Berg hier hoch. Dann erzähl ich euch mal, was ihr wegsamt. Ja, wichtig-Tour. Destinia. Destinia. Dass wir durch dieses krasse Farming einfach Ausrüstungsgeld gespart haben, weil wir einfach mal zur Goldstadt geflogen sind. Ja, das stimmt wohl. Schwarm-Tour. Mähtes Zauber ist schwach. Ich hab doch neu gezaubert. Mähtes. Mähtes. Schmähtes. Schmähtes. Geh sich mal zenten. Müssen wir mal eben gucken, das ist ja übel. Sprach der Bübel. Übel. Ja, Laterna, das ist doch so. Ja, ja, hab ich ja eben die ganze Zeit gemacht. Das ist jetzt ja wie der Lunatic, was ich mache. Achso. Achso. Das ist ja lecker eigentlich machen wir noch. Auch kurz für Level 3. Oh ja, für Level 4. Schon okay. Ich analysiere es tot. Ja, Knochen. Ist nicht so hell. Oh, ist es so hell. So, jetzt. Ah, Folge ist vorbei. Hey, du Arsch. Ja, Ranul. Guck mal, wenn man Ranul auch rückwärts liest. Luna. Ja. What the fuck. Dam, dam, dam. Wo ist dieser? Wo ist dieser? Moment mal. Still. Der Meister. Mann, was machst du denn mit dem Kabel? Oh, fuck. Progress mit euch. Empfang. Hau uns die Köpfe an. Ja, wer ist der denn? Ich nicht. Ich auch nicht. Hä? Da ist er ja doch. Hä? Der Meister spricht in der Sprache der Götter. Soll ich übersetzen? Ach so, hast du ihn gesprochen? Wie hat er den eigentlich gesprochen? Es ist schön, dass du ihn sprichst. Finde ich super. So. Gut. So, lasst ihr euch prüfen, ob ihr auch den Mut besetzt, während ich anzugehen. So, so. Klar, Mann. Ja. Ja, viel Glück. Du wisst ihr, was kommt? Natürlich. Mannerdrache. Noch nicht ganz. Das Game Over jetzt. Jetzt ist Spaß. Ja, jetzt ist, glaube ich, ich was, ne? Ja, ist das mit Schwerste, die schwerste Stelle im Spiel, quasi. Glaube ich, nehme ich ja auch. Was wollen wir denn hier machen? Ja, lass ich überraschen. Erstmal gegen Kürbis. Oh ja. Das ist schwer. Das müssen wir schon sagen. Das war richtig schwer, das gesehen. Ja, ist doch schon hart. Was kommt da für ein Piper-Block? Was? Ja, der spawnt einfach so einen Tomaten, Mann. Tomaten, Mann. Tramtober, no! Aber die Löhnerkraft war doch das, was das verbessert hat. Nur, dass man schneller auflädt. Und wenn ich jetzt total fettst, die will. Was? Habe ich jetzt auch nicht gezahlt? Ja, und hier bin ich gerade immer Ziel deiner Attacken. Oh. Du solltest mal vielleicht nicht auf alle machen. Weil ich kriege das nämlich auch ab. Das geht nicht mehr. Das geht ab. Oh, hier. Heal me. ich habe gewartet dass ich da jetzt noch einen Angriff ausführer irgendwie hat er den verschlüpft genau was der Zinos kann das war mein Elektra ich habe auch schwer Schaden gemacht schmeiß da mal mit Orkanen das war mein Elektra das ist die Klinge die das macht ne die Klinge nicht ne das ist schneller ne ja ich glaube schon das ist das Schaden Elektra das kann ich ja noch machen also Not weiter spammen Haluna, Laterna, Laterna, Laterna Laterna, 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 Madura Laterna Laser war 8 ne, war teuer ne ist der Laser der so teuer war? ja der Laser ist 8 ja der Laser ist 8 das ist sehr wichtig Nitro Kürbis Würbis Mürbis Kürbis Nitro Kürbis nitroglycerin noo nah Allee! 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 Scheiße! What a move! Oh! Second away! Red Squad out! No no no! No no no! Zauber Schild! Wie viel Kastanien haben wir denn noch? Kastanien! 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 Nein! Zauber abgeprallt! 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 So irgendwie ist das hier immer noch einfach nur Farmen! Wenn der abprallt, dann ist das nicht so gut! Ach! 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 Schmerzt! Ach! I'm gewaxtlos! Machst du Standheizung, dann musst du uns gleich mal hin! Nein! Der Fernseher will sich runterfahren! Oh nein! Oh nein! Inferno! Okay! Das ist für ein TV! Harzgas! Ah! Kannst uns allen nochmal die Luna-Kraft verpassen, dann können wir besser gegen die Battle mehr! Ohna! Ach so, die geht nur einzeln, ne? Anscheinend schon! Ich war jetzt einmal durch, ne? Weiß nicht! Ja! Ach! 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 Ja, ich bin ein Mü... Ja, ich bin ein Mü... Ja, ich bin ein Mü... Gut, gut, gut! Ah, Kürbis! Kurva! Super schön! Kurva! Nitro-Kurva! die macht es stark in dem das hat es gar nicht schaden ach so wie du dir immer die arbeit macht es aufzuladen ja ist geil dann läuft der idiot noch weg komm mal ein bisschen hoch ist erledigt so hit und miss das ist mühselig ja es halt progress darauf gehauen wir werden was schwer der punk ab diesem komische weg hier twins mit arlo schwarzen egel und danny die mieter denn die beiden was geht hier ab ja endlich mal doppelt explodiert feine lieben oder grütze ist erledigt 333 mal berührt ist die moderne kürze entgegen sie machen das sehr Was ist passiert? Nein! Was für eine gehaltvolle Folge. Mensch! Gehalt Folge. Gehalt. Das war normal. Gehalt. Jetzt sind wir aber geheilt. So, weiter geht's, demnächst. Tschüss. Demnächst geht's weiter. Weiter geht's hier bald als Aufladdeln. Mann. Ja, wir haben es jetzt fast geschafft. Es wird spannend. Es wird spannend. Definitiv. Brutal. Tschö. 2 3 3 3 Bis zum nächsten Mal.